Willkommen zu einem neuen Video. In der letzten Zeit gibt es extrem viele Gerüchte zum nächsten COD. Es gibt Leaks, es gibt geleakte Bilder und so weiter. Falls ihr da was verpasst haben solltet, schaut auf jeden Fall nochmal auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr die ganzen Videos und auch hier in diesem Video geht es wieder um das nächste COD. Allerdings nicht um Leaks oder Gerüchte, sondern es geht um eine bestätigte Information. Und zwar hat das Studio Elite 3D bekannt gegeben, mit am nächsten COD zu arbeiten. Und zwar haben sie auf ihrer Webseite gepostet, wie man im Hintergrund sehen kann. Wir sind stolz darauf, ankündigen zu können, dass wir am nächsten COD von Infinity Ward arbeiten. Das heißt, die helfen da auf jeden Fall mit. Und Elite 3D ist kein Studio, das irgendwie selber Spiele herstellt oder irgendwas in diese Richtung. Sondern das ist ein Studio, das sich auf 3D arbeiten spezialisiert hat. Deswegen eben auch der Name. Das heißt, die machen Animationen, die machen irgendwelche 3D-Designs. Also die modellieren irgendwas, setzen das eben alles um und haben sich da eben drauf spezialisiert. Machen da gute Arbeit und übernehmen eben für verschiedene Studios so ein bisschen das 3D-Design, kann man sagen. Die haben zum Beispiel auch für Hitman schon gearbeitet. Für Star Citizen haben sie gearbeitet und noch für ein paar andere Firmen. Im Hintergrund seht ihr jetzt gerade mal so ein paar Beispielbilder, die man dort auf der Webseite finden kann. Das hat jetzt nichts mit dem nächsten COD zu tun. Das sind irgendwelche Designs und Arbeiten von alten Projekten. Und ja, die machen eben mit beim nächsten COD, übernehmen da ein bisschen Arbeit. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Nachricht. Denn das bedeutet natürlich zum einen, dass wir auf jeden Fall einen Profi haben, der in diesen ganzen 3D-Designs arbeitet. Das heißt, die Grafik, die wird wahrscheinlich diesmal ziemlich gut und auf jeden Fall besser als bei Call of Duty Ghosts. Da haben sich ja einige beschwert. Auch die Grafik auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One war nicht so wirklich gut. Und wie es aussieht, haben sie sich eben diesmal Hilfe geholt. Und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass Infinity Ward selbst mehr Luft hat, mehr Zeit hat, irgendwie andere Sachen anzupacken, Game Design Entscheidungen zu treffen und um halt ganz allgemein am Game Design zu arbeiten. Das heißt, ich denke, das ist eine ganz gute Kombination. Ich glaube, grafisch und auch gameplaytechnisch könnte uns wirklich was Schönes erwarten. Ich bin mal sehr gespannt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Findet ihr gut, dass sie dann den Profi noch mit dran gesetzt haben, um eben Infinity Ward so ein bisschen zu entlasten? Oder findet ihr das eher komisch? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich persönlich muss sagen, ich finde es eine gute Entscheidung. Andere Studios machen das auch. Und wie gesagt, Elite 3D hat eben auch schon für Hitman zum Beispiel gearbeitet und für Star Citizen und so weiter. Und ja, das war es dann ansonsten mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Videos zum nächsten COD sehen wollt, dann lasst natürlich auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.